Oh, Parkplatz. Scheiße, wie soll ich denn da reinkommen, ey? Das ist doch viel zu klein, ey. Ey, Marc! Wie soll ich denn hier reinkommen? Weiß ich nicht, die sieht schon eng aus. Das ist doch kacke, ey. Was hast du denn da? Das ist so ein Rough & Tough Energy Drink. Energy? Ja, ja. Und meinst du, wenn ich den trinke, dann komm ich da rein, bitte? Das Einpark ist damit ganz locker. Willst du mal probieren? Gib mal einen Schluck. Ja, probier mal. Damit dürfte es gar kein Problem sein. Hab ich letztens auch eine ganz kleine Parklücke mit rein. Oh, warte. Warte mal, ich halt mal kurz. Probier mal jetzt. Erst rein! Perfekt, besser geht's, ey. Ja. 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 Ja.